Ja, sagen wir mal mindestens 15 Kilo abzunehmen dies Jahr, um die Masse wieder aufzubauen. Hi Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video, dem ersten Video, was ich 2018 für das Jahr tatsächlich aufnehme. Wo es eigentlich nur um meine Ziele für dieses Jahr geht und so ein bisschen grobe Gedanken, was ich schon mal dieses Jahr eigentlich für die Planung habe und ein paar Gedanken. Ich will keine vorsätzlichen, ganz absichtlich Ziele. Einmal standardmäßig wieder Gewicht verlieren. Ich habe mich ja auch lange genug gehen lassen. Im Bereich Social Media allgemein will ich wieder mehr Zeit reinstecken, gerade in Videos und von der Qualität her mich noch weiter steigern, als die berufliche Aufstieg. Mein Meister werde ich natürlich nicht fertig kriegen. Für mich gehört erstmal dazu, Richtung Vorarbeiter zu kommen. Das wäre das berufliche Ziel für dieses Jahr. Was die Planung angeht, jeder kann so ein bisschen mitplanen, Ideen mit reinschreiben. Was ich auch mitmache, ist viel wieder Kart fahren. Ein bisschen weiter wieder reinsetzen, verschiedene Orte anfahren. Ich weiß, in Hannover gibt es eine Indoor-Kartbahn. In Werther, wo ich aber auch schon mal war, also ruhig auch ein bisschen weiterfahren, verschiedene Bahn mal rausprobieren, Erfahrungen sammeln. Dann hätte ich auch mal wieder Bock auf so eine Aktion geklettert, weil ich mal schaue. Oder eben wie heute Abend geht es mal bohlen. Ich freue mich über jede Idee und hoffe, wir haben auch mal mindestens 15 Kilo abzunehmen dieses Jahr. Die Masse wieder aufzubauen. So aussehen. Ich sage, fahren Sie rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.